So, dann folgen jetzt noch einige aktuelle Ankündigungen für kommende Veranstaltungen. Und zwar würde ich euch als erstes einladen zu einer Veranstaltung der Queer-Gruppe. Die ist am 22.10. Die Queer-Gruppe liet ein, die von ihnen organisierte Veranstaltung LGBT Under the Rainbow – Erfahrungen aus der Ukraine zu besuchen. Zu Gast ist Andrei Maymulakin, Mitbegründer und Koordinator der ukrainischen Nichtregierungsorganisation für Schwule und Lesben NASHMIR. NASHMIR sammelt und dokumentiert Informationen zu den Rechten und Lebensbedingungen von LGBT-Personen in der Ukraine und informiert staatliche Organe und Menschenrechtsorganisationen über ihre Lage. LGBT-Personen sind, obwohl sexuelle Beziehungen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern in der Ukraine seit 1991 nicht mehr strafbar sind, nach wie vor beträchtlichen Vorurteilen und Diskriminierungen ausgesetzt. Andrei wird über den Alltag von LGBT-Personen in der Ukraine berichten und Fragen zur gesellschaftlichen und rechtlichen Situation von LGBT-Personen beantworten, die offen mit ihrer eigenen sexuellen Identität umgehen. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und findet auf Englisch statt. Der Eintritt ist frei. Veranstaltungsort ist der Hörsaal 1009 im KG1 der Universität. Die Queer-Gruppe befreut sich über zahlreiche Besucher. Alle Infos findet ihr nochmal zum Nachlesen auf unserer Website www.amnesty-südbaden.de.